Herzlich Willkommen beim Orchester Stuttgarter Musikfreunde. Das Highlight für das Jahr 2022, unsere Filmmusikgala, wird auf den Januar 2023 verschoben. Die ursprünglich geplanten Konzerte am 29. und 30. Oktober 2022 konnten wegen Corona nicht stattfinden. Die Filmmusikgala ist eine Kooperation des Orchesters Stuttgarter Musikfreunde mit dem Young Pops Orchester der Musikschule Korntal und der High and Mighty Big Band Korntal. Unterstützt wird dieses Projekt von der Stadt Stuttgart und durch eine Förderung im Rahmen des Neustart Amateur Musikprogramms des Bundesmusikverbandes Chor und Orchester. Es spielt ein Sinfonieorchester mit aktuell über 70 Musikerinnen und Musikern und eine Big Band von Feinsten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017